Hey na und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns ein Spiel an, auf das ich sehnlichst gewartet habe. Es handelt sich um Terranil. Wir werden jetzt Landschaften begrünen, restaurieren, wollte ich gerade sagen. Man sagt renaturieren, so heißt das Fremdwort. Ich komme mir jetzt richtig schlau vor. Und damit fangen wir jetzt an. Es steht auch hier, okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr so glücklich. Hier steht auch neue Renaturierung. Genau das machen wir jetzt. Rein geht's, auf geht's, los geht's. Ich freue mich. Oh, was ist hier los? Das sieht nicht so grün aus hier. Das ist knusprig. Oh, schön. Ah, wir haben ein Buch bekommen. Oh, das ist unser Handbuch. Dieses Buch ist ein Leitfaden, wie wir die komplizierte Renaturierung an. Das Landschaft vom Ökland zum blühenden Ökosystem. Ich werde jetzt stundenlang vorlesen, aber wisst ihr was? Wir wissen ja, wie es funktioniert, oder? Ein paar Pflanzen pflanzen, ein bisschen wässern. Dann klappt das schon mit der Renaturierung, oder? Wir machen das erstmal weg. Wir müssen jetzt erstmal auswählen, was für einen Ansatz wir fahren wollen. Wir sind keine Gärtnerin, können wir sein? Ökologin? Umweltingenieurin? Äh, Gärtnerin. Ich sehe mich als Gärtnerin. Genau das. Das ist so das Gadget, was ich so zu Hause auch habe. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Let's go. So, Steuerung. Ja, das weiß ich doch. Ich habe schon mal Spiele gespielt. Jedes Ödlandere Kultivierungsprojekt sollte mit einer Turbine beginnen. Wähle jetzt eine aus und platziere sie. Ist das etwa ein Tutorial? Ah, wir dürfen nur hier bauen, weil das zu ödlandig ist. Ich glaube, das andere ist zu ödlandig. Oder es muss stabil sein. Es muss, glaube ich, stabil sein, der Untergrund. Jetzt müssen wir den Boden reinigen. Wir sollen ein Gifter platzieren. Ich möchte gar kein Tutorial machen. Ich möchte es einfach nur so ausprobieren. Okay, wir leben damit jetzt. Ist okay. Das ist fein. Kein Problem. Guck mal, so einfach ist das mit dem Renaturieren. Einige Gebäude können mit R oder dem Mausrat gedreht werden. Lass mich den hier. R, 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 R. Ach so, ja klar, weil du halt unterschiedliche Formen hast. Natürlich. So können wir den auch machen. Ey, wie schlau wäre denn das, wenn wir einfach so... Warte, da. Oh, es gibt keine Mitte hier. Wir können das nicht in die Mitte machen. Vielleicht so? Hier so? Hinten so? Ja, probieren das mal. Das ist so satisfying. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Oh, ich habe mich so darauf gefreut, dass das endlich rauskommt. Und jetzt ist es soweit. Ich bin gerade richtig glücklich. Ja, okay, vielleicht war das jetzt ein bisschen doof, wie ich das gemacht habe, ne? Können wir das nochmal umsetzen? Ich muss das nochmal rückgängig... Okay, können wir, glaube ich, nicht. Wisst ihr was? Wir bauen das einfach so hin. Dass wir das so drehen, weil vielleicht schalten wir das da hinten noch frei. Guck mal, dann machen wir das. Für die Zukunft nämlich. Das ist dein Hauptziel, es ist den Vegetationsanteil der Landschaften zu erhöhen. Aber behalte deine verfügbaren Ressourcen im Auge. Ja, okay. 30 Prozent sollen wir anstreben. Das ist doch kein Problem, das kriegen wir doch hin. Ich baue mir jetzt erstmal hier noch eine Turbine hin, weil ich es kann, nämlich. Hier sind wir die Kosten, ne? 40 Blätter. 40 Blätter, ein Windrad. Ganz ehrlich, warum haben wir nicht mehr Windräder in der Welt, wenn die nur 40 Blätter kosten? Klingt doch ganz günstig. So, können wir jetzt... Oh nein, wir können hier trotzdem nichts bauen. Ich dachte, wir können hier trotzdem jetzt was bauen. Ja, ich drehe das jetzt auch wieder so rum hin, dass das nämlich... Falls wir das doch hier freischalten, kann das auch begrünt werden. Warum sind das erst 22 Prozent? Macht die Mitte hier so viel aus? Na gut, dann kommst du dahin. Wie kommen wir denn jetzt auf die höhere Prozentzahl? Hä? Wie soll das gehen? Müssen wir etwa im Handbuch gucken? Das ist ja ekelhaft. Ah, hier! Na klar, so. Ja, natürlich. Wusste ich doch. Wusste ich doch, dass das da hin muss. Ey, wir machen das jetzt hier überall hin. Das muss hier alles... Muss alles grün werden. Ah, warte mal, jetzt zählt das nicht, weil wir das schon vorher hingesetzt haben. Kannst du jetzt nochmal Wasser da rausschießen? Oh nein, wie ärgerlich. Ich verstehe. Es wäre also klug gewesen, hätten wir das erst gebaut. Also erst das gebaut und dann das Bewässerungsding. Da müsstest du dann sein. So, 27 Prozent. Wir haben es ja gleich. Easy, 30 Prozent. Kein Problem. Ich mache euch die Landschaft wieder grün. Ganz ehrlich, wenn ihr einen knusprigen Garten habt, ne? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich komme vorbei. Ihr seht, ich bin Profi. Ich begrüne euch euren Garten. Ach du. Ah! Das war das Tutorial, Leute. Jetzt geht es richtig los. Wie schön. Das ist so schön. Das Spiel ist so schön. Das ist so schön. Was ist das hier? Saniere 140 weitere Vegetationsfelder zum Freischalten. Da haben wir dann so einzelne Grasflächen. Oh mein Gott. Ich glaube, dann können wir so Lücken füllen damit. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall so ein Stromnetz. Das wirkt sehr schlau hier. Mit einem Verkalker kannst du Felsen herstellen. Aber es ist effizient, dass zuerst alle natürlichen Vorkommen Felsen zu nutzen. Jo, kein Problem. So, das müsste man jetzt hier irgendwo so ransetzen, damit das eine Verbindung hat. Ich will das hier so reinpacken. Guck mal, das passt ja fast perfekt hier rein. Oh, ich liebe alles daran. Noch haben wir hier genug Stonks. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier schlau machen. Ja, wenn wir das hier alles haben wollen, dann könnten wir da eins hinsetzen. Hier sind halt immer mal so ein paar Flächen, die wir nicht versorgen können. Das ist ein bisschen sad, aber damit müssen wir leben. Ich mach das jetzt mal da hin. Es massiert mein Gehirn auf eine sehr gute Art und Weise. Geht es euch auch so? Da. Eine Wasserpumpe? Ja, bitte? Wasserpumpe. Wo kriegen wir denn Wasser her? Wir müssen doch erstmal irgendwo Wasser haben. Wo pumpen wir das aus dem Boden? Kann das sein? Guck mal, da könnten wir eine hinbauen. Probier das mal. Okay, ich mach das so glücklich gerade. Ihr glaubt nicht, wie glücklich mich das macht. Ich packe dich da hin. Wie die Blätter da auch so reinfliegen. Ich bin glücklich. Ich bin gerade richtig glücklich. Also es gibt so Spiele, die machen mich einfach glücklich, weil sie allein schon von den Sounds her so satisfying sind. Und das hier ist einfach das gerade ASMR zum Spielen. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Ein Verkalker. Wir haben einen Verkalker. Kristallisiert Vegetation in der Umgebung und bildet Felsen. Das ist doch praktisch. Können wir uns hier jetzt was... Wir können uns hier was Schönes verkalken. Moment mal. Hier haben wir auch einen Felsen. Ah, guck mal. Dann können wir dann da doch das draufpacken. Wie weit kommen wir denn dann hier? Zu weit kommen wir auf jeden Fall. Da muss noch eine Pumpe hin. Hier müssen noch Wasser hin. Da. Hier kann noch eine hin. Kommt, verbindet euch, verbindet euch. Ja. Schön. So, und dann haben wir da oben jetzt ja die Möglichkeit, den Verkalker hinzupacken. Und dann können wir da oben nämlich auch noch Strom erzeugen. Und wenn wir da oben Strom haben, können wir hier den Eumel hin platzieren. Okay, und jetzt sollten wir aber erstmal diese anderen Eumels bauen. Ey, wir haben ja im Moment, wir haben ja so viel Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben gerade nicht so das Problem, dass es finanziell nicht hinkommt. Ich glaube, wir kriegen das alles begrünt. Ich würde wirklich gerne, bis auf jede kleinste Ecke, will ich das hier noch begrünen. Hier haben wir immer noch so kleine Stellen, die nicht grün sind. Ja, hier sind noch so kleine Ecken, die wir noch nicht haben. Vielleicht müssen wir eine kleine Ausnahme machen. Aber ich glaube, hier unten kriegen wir einzelne Rasenfelder. Und wenn das wirklich so ist, wäre das eine gute Sache. Hier machen wir ein bisschen Verkalkungen. Das klingt einfach eklig, ne? Wir brauchen ein paar Verkalkungen. Normalerweise ist das nichts, was so erstrebenswert klingt. Und das kommt da hin. So, jetzt haben wir hier richtig viel Erde. Und jetzt können wir doch hier dieses Eckding hinpacken. Guck mal so. Oh, wir hätten auch diese lange Form benutzen können. Warte, wenn wir es jetzt hier drehen. Ja, schaut, wie grün es schon ist. Warte, wir brauchen noch ein paar Verkalkungen. Ich will nämlich hier doch gerne so ein Windrad haben. Jetzt müssen wir doch hier uns frei aussuchen können, wo der Bums hinkommt. Da kann der Bums hin. Ja, so einen länglichen brauchen wir. Diese Situation. Oh, guck mal, so kriegen wir alle Ecken da oben mit. Macht euch das auch so glücklich, das Spiel gerade? Was haben wir denn hier eigentlich? Du bist ein Bagger. Was macht ein Bagger? Erzeugt ein neues Flussbett, vergiftet aber das umliegende Land. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Und andererseits haben wir hier unten, glaube ich, kaum die Chance, hier noch irgendwie so Wasser hinzubekommen. Ich will das mal probieren. Ich möchte hier mal den Fluss erweitern. Okay, wir machen das mal. Danach können wir das hoffentlich wieder schön machen da. Okay. Aber das sieht jetzt... Ach so, doch, hier ist es so ein bisschen... Na, da ist das gerade weggegangen. Aber das können wir doch wieder hinbekommen. Wir müssen doch nur hier so ein Gebäude wieder hinpacken und dann können wir das so rückgängig machen. Oder verstehe ich das hier falsch? Und hier kommt noch ein Verkalkalen. Ach, Moment, der macht dann ja... Ah, der kann auch dafür sorgen, glaube ich, dass das Wasser gestoppt wird. Das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt können wir, glaube ich, hier einen in die Mitte packen. Kriegen wir da oben diese Kante nicht mit? Oh nein! Ich hätte ihn... Hätte es einen weiter nach vorne packen müssen. Jetzt haben wir hier so ein Feld, was nicht begrünt ist. Und hier unten auch. Ja. Sehr gut. Oh, da möchte ich so eins reinpacken einfach. Das war wahrscheinlich einfach die Freischaltung, die wir hier bekommen haben. Ich dachte schon, wir hätten so einzelne Grasfelder. Aber das war einfach nur, dass wir das aufgedeckt haben, was da war. Wir brauchen eine Verkalkung. Das klingt so falsch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das merkwürdig. Hallo, wir brauchen eine Verkalkung. So, jetzt wollen wir da was durchschießen. Oh ja. Könnte man das... Nee, durch den Felsen kann man das nicht durchschießen. So, aber... Und jetzt bam! Ist da vorne leider nur. Wo haben wir unsere tollen Verkalkungen? Hier können wir Dinge verkalken. So, und jetzt? Jetzt wird das begrünt. Jetzt wird es alles begrünt. Passt auf, Kinder. Ich habe meine Gießkanne dabei. Hier in der Mitte können wir da auch noch welche hinpacken. Ach, schaut mal da. Und zack. Und... Und zack. Und zack. Kriegen wir das noch alles mit hier? Ja, das kriegen wir noch mit. Hier oben. Nein, die habe ich vergessen. Naja, was soll's. Hier oben haben wir auch noch auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Was ist hier denn noch? Hier haben wir noch richtig viel. Da schießen wir doch noch einmal den Fluss durch. Damit wir richtig schön Verkalkungen da hinten packen können. Dieses Wort Verkalker macht mich fertig. Ist das wirklich ein Ding? Also Verkalker? Heißt das so? Gibt es das wirklich? Irgendwie ist es sehr merkwürdig. Klingt so, als wäre das ein Fantasieding. Aber bestimmt ist es kein Fantasieding. Bestimmt ist es sehr echt. Bestimmt gibt es Verkalker. So. Komm, mach alles. Mach alles freundlich grün. Oh, da. Haha. Jetzt können wir das hier unten beliebig hinpacken. Da ist es doch gut aufgehoben. Noch haben wir auf jeden Fall genug Blätter. Also ich hau das jetzt einfach alles raus. Ich hau das alles auf den Kopf. Weil ich glaube, wir kommen hier total gut zurecht gerade. Hier haben wir, glaube ich, ein Problem gleich. Da können wir es nicht mehr platzieren. Also hier muss noch eine schöne Verkalkung hin. Da. So. Und jetzt aber. Jetzt können wir die restlichen Lücken hier auffüllen. Hier ist noch ein bisschen was. Das kriegen wir aber mit so einem wahrscheinlich ganz gut hin. Mhm. Kriegen wir dich da irgendwo hin? Ja. Das sind immer noch so kleine Lücken, die ich nicht mit erreiche. Aber damit müssen wir gerade nochmal klarkommen. Hat auch ein bisschen was von dem Puzzle. Da könnte so ein längliches Teil hin. So was. 106%. Was haben wir jetzt hier? Sobald das Rückgrat des Ökosystems gedeiht, besteht der nächste Schritt darin, die Vielfalt der wachsenden Pflanzen zu erhöhen. Führe Finbos, Feuchtgebiete und Wälder ein. Oh. Zudem musst du anfangen, deine Aufmerksamkeit dem lokalen Klima zu widmen. Gar kein Problem. Guck mal, Biome 0 von 3, Tiere 0 von 6, Klima 0 von 7. Oh, gibt's hier Gänse? Ja, ich möchte das bitte. Weg mit dem schlauen Buch. Schritt 2. Oh. Ein Hydroponium schafft ein Feuchtgebiet. Muss auf einem Bewässerer in Wassernähe und in einer Senke gebaut werden. Kein Problem. Da, das wäre so eine Möglichkeit hier. Ich glaube, ich will das hier unten haben. Wie cool ist das, wenn wir das hier unten hinpacken? Machen wir das da hin und daraus machen wir direkt so ein Feuchtgebiet. Schön. Biotop. Oh, das sind sogar... Wie weit man reinzoomen kann, das realisiere ich erst jetzt. Guck mal, die Pflänzchen. Das ist so süß. Die werden geduscht. Hä, wie praktisch. Das brauche ich für meine Pflanzen zu Hause auch. Bienenstock finde ich gut. Hier, da. Bienen da. Oh ja, Bienen. Let's go. Es ist so visuell satisfying, ne? Ich liebe es einfach. Was haben wir da unlockt? Was ist das? Was bist du? Brände. Was? Brände können nur im Fimbos oder in der Tundra gestartet werden, aber sie können sich auf Vegetation ausbreiten. Ich möchte keinen Brand, bitte. Erschaffe 100 weitere nährstoffreiche Aschefelder zum Freischalten. Okay. Wir haben jetzt einen Solarverstärker und wir sollen anscheinend Dinge abfackeln. Toll. Lass uns hier einen Waldbrand starten. Starte hier einen Brand. Zielungüttig. Hier. Was? Da. Nein. Was? Wo? Weißt? Starte einen kontrollierten Brand in der Nähe von Fimbos. Okay. Wir brauchen Fimbos. Hier. So. Komm. Das ist ein bisschen gemein. Jetzt legen wir das hier an und dann fackeln wir es ab. Burn. Okay. Das ist... Halt. Stopp. Es reicht. Nicht so viel. Bitte. Bitte. Nicht gut. Doch gut. Ich weiß es nicht. Ist es gut? Bin ein bisschen verunsichert gerade. War das gut oder schlecht? Nichts. Also ich glaube es war gut, weil wir haben das hier freigeschaltet. Das ist ein Arboretum. Ein Arboretum. Nutzt nährstoffreiche Asche, um Wälder zu erschaffen, kann nur auf einem verbrannten Gebäuderest gebaut werden. Davon haben wir jede Menge. Kein Problem. Das machen wir doch mal hier unten hin. Satisfying. Guck mal da. Da machen wir auch noch ein paar Bienen hin. Da. Da möchte ich gerne Bienen haben. Okay. Wir müssen das jetzt auch in der Balance halten, ne? Ihr seht schon oben. Oben links seht ihr schon. Wir brauchen auf jeden Fall so ein paar von diesen Feuchtgebieten. Wir brauchen aber auch genug Wiesen und wir brauchen genug Wald. Also jetzt ist die Balance wichtig. Dann machen wir doch hier noch ein paar Bäume hin. Bäume haben wir jetzt genug. Blumen haben wir noch nicht genug. Und wir haben noch nicht genug Feuchtgebiete. Dann lasst uns doch mal hier noch ein bisschen was begrünen. So. Und dann müssen wir noch so einen Bewässerer irgendwie hier direkt an die Kante bauen. Sehr gut. Und aus diesem Bewässerer machen wir dann ein, wie heißt es? Hydroponium. Ein Hydroponium machen wir daraus. Sehr schön. Da. Da. Hier kann noch was draus werden. Hier kann noch was werden. Das ist doch auch am Wasser. Zählt das? Es zählt. Fantastisch. Oh, wir haben es sogar schon geschafft. So. Jetzt brauchen wir allerdings noch ein paar Bienchen. Hier ist ein sehr vertrockneter Baum. Lass uns das doch wieder begrünen hier. Achso, das ist schon grün. Wir müssen das nur bewässern. So. Dann wächst doch hoffentlich der... Ach guck mal, der Baum ist wieder grün. Fantastisch. Dann machen wir da jetzt die Bienen ran. So einfach ist es, das Ökosystem zu retten, Leute. Das ist gar kein Problem. Können wir das nicht einfach mal häufiger so machen? Uns fehlt so ein bisschen Blumenwiese. Hier wäre Potenzial. Aber da haben wir keinen Baum. Wir haben hier einfach keinen Baum. Warum haben wir da keinen Baum bekommen? Komm, hier machen wir noch das alles grün. Ich glaube, wir müssten jetzt hier wahrscheinlich noch irgendwo für Wälder sorgen, weil ohne Wälder keine Bienen. Okay, ich nehme alles zurück. Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Ach, was haben wir hier noch? Ein Forschungszentrum. Reduziert die Kosten einiger Gebäude und schaltet Fähigkeit frei, das Klima der Region zu beeinflussen. Das klingt spannend. Das möchte ich. Ich sollte mich mit dem regionalen Klima befassen. Ach, war es das schon? Okay, wunderbar. Oh, wir haben es sogar schon. Wir haben alles, was wir brauchten. Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Das Klima wird durch diese Attribute definieren. Vorerst interessiert uns nur die Luftfeuchtigkeit. Aber das wird sich in Zukunft ändern. Okay, Fahne am Flussufer, Seerosenblüte, Lachszug, Regenfällebeginn. Oh krass, jetzt müssen wir ein ganz bestimmtes Klima erzeugen. Da ist die Luftfeuchtigkeit. Es ist wirklich sehr tutorialhaft. Aber ich glaube, das braucht man hier vielleicht auch ein bisschen. Normalerweise skippe ich gerne Tutorials. Für das richtige Klima zu sorgen, ist ein wichtiger Schritt auf deinem Weg der Rekultivierung. Okay. Wolkenseer haben wir. Nutz das umgebende Wasser und das Meer, um Wolkenbindung zu fördern und die Luftfeuchtigkeit zu hören. Können wir dann das automatisch hier ein bisschen begrünen? Das würde mich jetzt interessieren. Das testen wir doch mal. Beeindruckend. Nee, ich weiß jetzt nicht. Hast du da irgendwas Tolles gemacht? Guck mal, der pustet direkt die Wolken in die Umgebung. Da gibt es Blitze. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Keine Ahnung. Ich mache mal da einen hin. Ich glaube, das bringt aber nichts, weil wir da eigentlich kein Wasser haben. Ich möchte hier noch gerne ein bisschen Bäume haben. Und ich glaube, auch mit den Bäumen am Rand können wir doch noch ein paar Bienen hinpacken. Guck mal, so. Voll schön. Wir brauchen noch Blumenwiesen. Das war doch noch nicht abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch auch noch was. Guck mal hier. Das machen wir jetzt aber. Wir nutzen das jetzt hier und machen die restlichen Parts hier einfach zur Blumenwiese. Und ich glaube, das könnte dann ausreichen gleich. Da ist noch Potenzial. So nämlich. Tada. Das sieht gut aus. Da schauen wir mal ins schlaue Buch rein. Wenn Pflanzenleben und Klima wiederhergestellt sind, kannst du im letzten Schritt ein Luftschiff bauen, in dem du deine Gebäude recycelst. Während du deine Präsenz reduzierst, kannst du Fauna als neue Hüterin des Ökosystems einsetzen. Das mache ich sehr gerne. Guck mal, hier sind noch ganz viele Sachen, die wir anlocken müssen. Wie süß dieses Buch auch einfach ist. Guckt euch diese Illustrierung an. Das ist voll schön. Wie hübsch das ist. Unentdeckte Tierarten. Oha. Wir können da voll viel freischalten. Ich liebe alles daran. Schritt 3. Was haben wir jetzt? Das Luftschiff. Ja, das bauen wir natürlich schon. Wir müssen uns ja hier auch wieder verabschieden. Wir sind nur hergekommen, um hier alles in Ordnung zu bringen. Und dann gehen wir nämlich wieder. Hier haben wir ein Recycling-Silo. Recycelt andere Gebäude und speichert einen Teil ihrer Kosten. Das klingt doch toll. Das nehmen wir mal alles mit. Voll gut. Wo haben wir noch? Da haben wir noch viele Gebäude. Was haben wir jetzt? Eine Recycling-Drohne. Okay, die sammelt die Sachen dann ein. Wo muss die hin? Ach, die muss da ran. Süß. Guckt mal. Ladedock. Wir haben einen Ladedock. Lädt recyceltes Material aus umliegenden Gebäuden und Silos auf eine Recycling-Drohne. Dann sollten wir aber erstmal noch mehr recyceln. Lasst uns mal irgendwo hier oben noch Sachen recyceln. Hier ist halt richtig viel. Oh ja. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einen Ladedock. Jetzt düst die Drohne los. Guckt mal. Da düst sie. Hui. So, die holt jetzt den Schrott ab. Das finde ich sehr freundlich von der. Hier hätten wir plus 95. Weil hier in dem Silo einiges drin ist. Da kriegen wir doch noch mehr zusammen. Wenn wir das noch hier alles recyceln, dann müssen wir doch nur eins in die Mitte packen. Oh ja, guck mal. 129 nämlich. Da düst die Drohne schon wieder los. Also ich würde gerne noch mehr Gebäude wieder abreißen. Ist ja auch wichtig, dass wir unseren Mist hier wieder mitnehmen. Kinder, nehmt immer euren Müll mit. Wichtig. Sehr wichtig. Gut für die Umwelt, wenn ihr euren Müll wieder mitnehmt. Haben wir es jetzt? Reicht das? Haben wir genug Schrott? Ich glaube, wir müssen noch mehr sammeln. Gut, das lohnt sich auch da oben. So, dann würde ich versuchen, hier nochmal ein paar einzusammeln. Und dann kommt da ein sehr erfolgreiches Ladedock mit 130, 140. Hä, wartet mal. Wir recyceln auch Sachen, die wir nicht abgebaut haben anscheinend. Das Silo ist wahrscheinlich nur dazu da, dass wir Sachen, die weiter entfernt sind, halt auch noch einholen können. Was haben wir denn hier? Ein Tier-Observatorium. Ermöglicht den Einsatz eines Sonar-Pings, um Tierarten dazu zu bewegen, in ein für sie geeignetes Habitat zu ziehen. Das klingt gut. Und eine Schleusung haben wir auch. Wir nehmen mal das Observatorium. Das sieht hier immer noch so trocken und traurig aus. Lass uns mal gleich das noch ein bisschen begrünen. Der letzte Schritt im Recycling-Vorgang ist die Wiederansiedlung von Tieren. Okay. Neue Tierarten tragen dazu bei, das Ökosystem zu erhalten, lange nachdem deine Gebäude verschwunden sind. Okay. Do it now. Nach Tierarten muss gescannt werden. Öffne hier das Scan-Panel. Ja, ich weiß das schon. Such jetzt. Nutze diese Tierporträte und die Tiere. Ja, ist okay. Muss ich die jetzt suchen? Ist das jetzt so ein halbes Wimmelbildspiel? Oh, das wäre großartig. Das wäre toll. Aber ich glaube nicht. Du musst geeignete Habitate für mindestens drei Tierarten finden. Viel Glück. Okay. Nutze ein Sonar-Scam zum Entdecken. In Herden auf weitem offenen Grasland. Hier haben wir weites, offenes Grasland. Ein Hirsch. Haben wir einen Hirsch gefunden? Ich glaube schon. Ja, schaut. Oh, süß. Eine Reifwerte von mindestens 20 Vegetationsfäller. Das sieht gut aus, denke ich. Und was ist hier noch? Ah, wir müssen noch einen weiteren. Ein weiteres Tier. Wo kommt denn? Ne, hier. Safe hier. Ja, natürlich. Da sind sie. Noch mehr? Können wir noch mehr? Guck mal, wie süß die sind. Die sind richtig süß. So, weiter geht's mit den Tierarten. Dieser Amphibie lebt im Schilf eines Feuchtgebietes in der Nähe eines Fimbusfels. Heißt es Fimbus? Fimbus. Hier. Also wenn es hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr müsst hier leben. Natürlich. Frösche. Dieses große Raubtier lebt in einem Wald, der einen Bienenstock enthält und auf einem Hügel liegt. Kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Hier, da. Da nämlich. Da ist ein Bienenstock. Da ist es. Was ist jetzt? Das war nicht richtig? Ach, Hügel. Hügel. Hier. Da ist Hügel. Aber hier ist kein Wald mehr, oder? Bedeutet das, dass wir das erst noch erschaffen müssen? Wir gucken mal hier. Vielleicht zählt das ja. Es zählt nicht. Ich glaube, wir müssen hier erst noch Wälder erschaffen. Oh, Leute. Es wird doch schwieriger als gedacht. Oh, no. Kann es sein, dass wir das jetzt abbrennen müssen? Damit wir dann wieder einen Wald erschaffen? Ich glaube nämlich schon. Es tut mir körperlich weh. Aber es ist wichtig, dass wir das machen. So. Mach Wald hier hin. Los. Jetzt müssen wir aber auch erst wieder einen Bienenstock hier hinpacken, damit wir dann einen Bienenstock auch haben. Scannen. Hier. Jetzt haben wir es. Einen Bären. Dieser Wasservogel mit Schwimmhäuten ruht auf einem großen See, wenn er gerade nicht fliegt. Also, das kann doch als See gelten. Ne. Das ist kein großer See anscheinend. Ich sehe euch aber hier rumfliegen. Ich sehe euch ganz genau. Muss ich sofort an Nils Holgersson denken. Geht euch das auch so? Das ist immer, wenn ich Gänse sehe, muss ich an Nils Holgersson denken. Warum gilt denn das nicht? Hier steht ja auch, dass wir drei von drei Tierarten haben. Was haben wir denn hier noch? Dieses fleißige Nagetier baut sein Zuhause an einem Fluss in Waldnähe. Komm, dann machen wir da erst mal weiter. Biber. Ja. Dieses Raubtier streift im Wald auf der Suche nach Beute umher. Das ist doch einfach hier unten nämlich. Hier, da ganz unten. Da ist es. Ne. Hier? Auch nicht. Kann es sein, dass das schon zu viel ist, sobald hier ein Gebäude drin ist? Boah, ich glaube, das ist das Problem, dass da ab und zu Gebäude sind. Oh. Jetzt ist nur die Frage, ob Recycler auch zählen. Kann man Recycler wiederum recyceln? Das würde ich gerne wissen jetzt. Ich dachte, das wäre einfacher. Wir haben vor allem hier schon krass performt. Wir haben vier von drei Tierarten. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr. Okay. Wisst ihr was? Wir machen erst mal das andere hier. Komm, lasst uns noch ein paar Gebäude recyceln. Ich glaube, das könnte der Grund sein. Ich glaube, wir müssen noch mehr von dem Schrott wieder loswerden. Die können wir doch auf jeden Fall auch noch gemeinsam recyceln. Und dann holen wir das hier so ab, so ab. Jetzt ist die Drohne wieder fleißig unterwegs. Guck mal, 74 ist recycelt. Klingt doch schon mal ganz gut. So, das könnte man hier alles so vielleicht recyceln. Und das könnte sein, dass wir wirklich noch viel mehr hier recyceln müssen. Wir sind halt bei 82 Prozent. Ich weiß nicht, ob wir den restlichen Kram überhaupt recycelt bekommen. Eventuell schaffen wir das gar nicht, weil wir nicht genug Fluss haben. Dann müssen wir uns gleich vielleicht noch wieder den Fluss hier irgendwie erweitern, damit wir den Rest abholen können. Das könnte wirklich passieren. Ach, guck mal, wie fleißig diese kleine Drohne ist. Schaut, sie ist so fleißig. Oh, 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 guckt mal, die Biber. Guck mal, jetzt nimmt ihr das mit. 93 Prozent. Das sieht gut aus. Das sieht sehr vielversprechend aus. Was haben wir denn hier im Moment? Also wir brauchen noch 100 Seerosenblüten. Aber da brauchen wir andere Luftfeuchtigkeit noch. Also uns fehlen noch so ein paar Sachen, glaube ich. Machen wir noch ein paar Wolkenseer hier hin. Regenfälle wären schon gut. Kann es sein, dass ich zu viel jetzt schon wieder abgerissen habe und wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, hier genug Luftbefeuchter hinzupacken? Okay, dann müssen wir leider noch mal hier welche hinpacken. Luftfeuchtigkeit über 80. Nun gut. Es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, Leute. Komisch, so ein Ökosystem wiederherzustellen, ist doch nicht so easy. Merkwürdig. Ey, wie viele brauchen wir denn von den Dingern? Und ich wollte schon Sachen recyceln. Es ist noch gar nicht eine Zeit zu recyceln. Und wir müssten hier noch ein bisschen reinhasseln. Ich meine, das hier erreicht ja ein riesiges Gebiet. Oh, das war gut, glaube ich. Regenfälle beginnen. Das haben wir erreicht. Also ich will auf jeden Fall die optionalen Seel hier auch noch haben. Oh, wartet mal. Wenn es jetzt regnet, dann müsste das doch eigentlich auch grün werden. Ja, guckt mal. Ja, oh, wie schön. Oh, wie schön. Das macht mich gerade irgendwie richtig glücklich. Mich macht das irgendwie gerade richtig glücklich. Schaut mal. Es wird alles grün. Jetzt müssen wir nur noch recyceln. Das ist richtig frozen jetzt gerade noch. Jetzt haben wir noch so Regengewitter. Guck mal, da haben wir die Seerosenblüten. Haben wir auch noch geschafft. Jetzt fehlt nur noch Lachszug. Ja, das ist doch jetzt... Also das machen wir mit links hier. Guck mal, da oben machen wir noch so einen hin. Und dann kommt da direkt daneben noch so einer hin. 11 Prozent. Oh yeah, wir haben es. Wir haben alle optionalen Ziele. Jetzt müssen wir allerdings wieder ein paar Gebäude recyceln. Aber das war ja auch absehbar, dass wir die wieder recyceln müssen. So, dann nehmen wir die einmal alle. Und lassen wir es hier abholen. Was ist mit denen? Ach so, die müssen wir doch abholen lassen. Die können wir gar nicht abholen lassen. Wisst ihr was? Wir müssen uns nochmal hier so ein bisschen Wasser hinschießen. Und bam! Da muss erstmal eine Pumpe hin. Guck mal, jetzt sind wir erstmal wieder busy hier. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn wir jetzt hier einen Bagger hinpacken würden. Es ist doch nicht so einfach. Ich dachte, es wäre voll einfach und wir wären fast fertig. Aber wir sind noch nicht fast fertig. Guck mal, da ist jetzt eine Lücke, die nicht voll ist, oder? Ich glaube, der wird... Ja, da kommt kein Wasser durch. Aber eventuell kriegen wir das trotzdem hin. Hier machen wir mal den hin. Da auch. Ah, wir brauchen hier wirklich noch eine Verbindung. Oh no, so klappt das nicht. Ey, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen wild durch die Gegend hier schießen. Wie machen wir denn das jetzt? So, und dann einfach hier noch einen hin, ne? Und dann haben wir so einen Weg. Oh no, was tue ich hier? So, ich glaube, das müsste dann die Verbindung hier sein. Komm schon. Das sieht gut aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, 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 jetzt haben wir es. Okay, cool. Yes. Und jetzt können wir doch hier alles abholen. Warum darf ich das nicht bauen? Entschuldigen Sie. Ich darf das nicht bauen. Ist das eventuell doch nicht verknüpft? Kann das sein? Oh, das zählt nicht als Verbindung hier? Anscheinend nicht. Aber wir könnten von hier eine Verbindung nach da schießen. Es ist so gut, wir haben so viele Sachen schon abgebaut und jetzt ist es so, ah ja, cool. Hier können wir nochmal eine Verbindung entschießen. Perfekt. Das sieht doch vielversprechend aus. So muss es doch klappen. So können wir doch hier vorbei, oder? Wir machen wieder richtig schön viel Verschmutzung. Toll. Da muss auf jeden Fall noch Wasser hingepumpt werden. Perfekt. Und jetzt können wir die Sachen da unten, glaube ich, auch abholen. Ja, jetzt geht's. Okay, wunderbar. Dann holen wir die jetzt mal ab. Hier können wir das alles abholen. Hier können wir das abholen. Da können wir das abholen. Das können wir abholen. Die arme Drohne, die muss hier dröpftausend mal durch die Gegend fahren. Haben wir jetzt alles? Das sieht ganz gut aus, ne? Die ist richtig am Hasseln. Das Gute ist, dass sie den Turm auch mitnimmt. Das ist so schön. Sie nimmt alles mit. 93 Prozent. Warum erst 93 Prozent? 94. 96? Irgendwas fehlt noch. Da. Ist es etwa das Letzte, das wir noch abholen müssen? Ich glaube, wir haben es dann geschafft. Komm schon. Bitte. Bitte sei das Letzte. Ja, 100 Prozent. Und vier von drei Tieren. Wir haben auf jeden Fall überperformt. Wir haben nicht anderperformt, wir haben überperformt. Guckt mal. Ich glaube, wir können jetzt unsere... Wir können jetzt die Fahrt beginnen. Ich drücke auf den großen roten Knopf. Okay, let's go. Whee. Tschüss, Rehe. Macht's gut. Tschüss. Passt gut auf. Die Umwelt auf. Tschaui. Wir nehmen sogar noch den letzten Müll mit. Oh Gott, ich liebe alles daran. Wir nehmen noch diese Drohne mit. Tschüss. Tschüss. Oh, wir haben es saniert. Das ist toll. Bewundern. Ich möchte es bewundern. Ja, schaut es euch an. Ich liebe es, dass es bewundern heißt. Guckt mal. Ist es nicht süß? So schön. So, wenn ihr jetzt euer eigenes Ödland bewundern wollt, dann irgendwann, dann solltet ihr unbedingt mal Terranie spielen. Das gibt es mit dem PC und auch über Netflix Gaming könnt ihr euch das auch holen. Wie geil ist es. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Spielen. Ich finde es toll. Mich macht es sehr glücklich. Es ist so eins dieser Spiele, was so richtig entspannt und cozy ist. Wenn man irgendwie einen stressigen Tag hat oder so, kann man richtig gut dabei abschalten. Ich bin jetzt schon verliebt in das Spiel. Ich glaube, wir können jetzt einfach auch weitermachen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir nämlich jetzt noch andere Welten, die wir sanieren können. Guckt mal. Wir haben erst einen kleinen Teil saniert und vier von sechs Tieren erst entdeckt. Da wäre der nächste Kontinent, wo wir hin können. Können ja mal kurz gucken. Also da haben wir auf jeden Fall Tropenwald, Mangroven, Strand, Korallenriffe. Ihr seht schon, es gibt noch einiges zu entdecken in dem Spiel. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich das bald mal wieder spiele, schreibt es mir dann auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare rein. Dann gucken wir uns vielleicht mal die Mangroven an und suchen nach ein paar Krokodilen. Ich hoffe, wir kriegen Krokodile da auch. Also es sieht vielversprechend hier aus. Sie sind auf jeden Fall, sind hier unentdeckte Tierarten. Vielleicht sind da auch Krokodile dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020